Zum 10. Geburtstag schenkte das Museum für Neue Kunst im ZKM Karlsruhe seinem Publikum eine spektakuläre Uraufführung. Strahlen für Vibraphon und 10-kanalige Tonaufnahme ist eines der letzten Werke von Karl-Heinz Stockhausen. Die Aufführung war längst überfällig, denn Mitarbeiter des ZKM hatten schon vor sechs Jahren gemeinsam mit Stockhausen an dem Stück gearbeitet. Und doch war die Vorbereitungszeit für die komplizierten elektronischen Tonspuren am Ende knapp, meint Stockhausens langjährige Weggefährtin Katinka Parsfeer, die das Projekt künstlerisch begleitet hat. Also wir sind alle glücklich, dass es geklappt hat, weil bis zum 3 Uhr bis zur Generalprobe sind die letzten Noten noch angeliefert worden, sozusagen. Also die Techniker haben seit Monaten in verschiedenen Räumen programmiert und gearbeitet und wir sind ganz glücklich, dass das so gelaufen ist. Strahlen stammt aus Stockhausens Opernzyklus Licht. Es ist eine Bearbeitung der Schlussszene von Sonntag aus Licht. Kurz nach den ersten Aufführungen der Originalversion für Orchester und Chor im Jahr 2003 wollte Stockhausen das Stück für Vibraphon und Tonband einrichten. Dafür bat er das ZKM und den Karlsruher Schlagzeuger Laszlo Hudacek um Unterstützung. Denn die Partitur enthielt komplizierte Spielanweisungen, die sich auf dem Schlaginstrument Vibraphon kaum umsetzen ließen, meint Laszlo Hudacek. Die Noten sind identisch mit dem Orchester oder der Chorfassung. Ich habe dann die ersten drei oder vier Seiten die Spielregel für ein Vibraphon dann umgeschrieben bekommen. Und das hat dann unser Leben nicht erleichtert. Es gibt solche Anweisungen, zum Beispiel wenn ich mit meiner Stimme einen langen Ton halten kann. Später kann ich dann ein Glissando nach oben oder ich kann dann die Lautstärke ändern. Für Chor und Orchester sind solche Spieltechniken kein Problem. Bei einem Vibraphon aber lassen sich Tonhöhe und Lautstärke nach dem Anschlagen nicht mehr beeinflussen. Der Ton klingt einfach aus. Deshalb sollte die Computertechnik des ZKM die gewünschten Effekte möglich machen. Der Ton klingt einfach aus. Stockhausen und das ZKM konnten sich in den musikalischen Details nicht auf Anhieb einigen. Der Komponist war mit den ersten Klangbeispielen nicht zufrieden. Laszlo Hudacek zeigt auf einen dicken Ordner mit Briefen, die per Fax zwischen ihm und Stockhausen rund ein Jahr lang hin und her wanderten. Es ging um verschiedene Fragen, die dann in dieser Spielanweisung nicht ganz klar waren, für uns zumindest. Sie können sehen, da sind dann Fragen und da Antwort, dann wieder Fragen. Ja, wir haben natürlich mit vollem Enthusiasmus vor sechs Jahren dann angefangen. Das war wunderschön, die Antwort und überhaupt diese Fax-Korrespondenz mit dem Meister. Die Aufführung des Stückes scheiterte damals neben den musikalischen und organisatorischen Schwierigkeiten auch an rechtlichen Problemen, meint Hudacek. Erst nach Stockhausens Tod hat das ZKM sich an Katinka Pass fair gewandt, um die angefangene Arbeit zu vollenden. Die am Freitag im ZKM gespielte Version von Strahlen hat Stockhausen also nicht mehr kennengelernt. Sie entspricht aber seinen Vorstellungen, meint Katinka Pass fair. Ich glaube schon. Also wir haben damals sehr viel darüber geredet, auch als die ersten Versuche kamen, wie man sowas realisieren könnte. Und er hat mit sehr vielen Schlagzeugern gesprochen, vor zwei Jahren mit anderen Schlagzeugern. Und die haben auch Versuche gemacht. Also ich wusste schon, in welche Richtung der gedacht hat. Das Stück besteht aus zehn Stimmen, von denen neun im Konzert von der Tonaufnahme kommen. Sie erklingen aus neun Lautsprechern, die im Halbkreis um das Publikum aufgebaut sind. Die fehlende zehnte Stimme spielt der Vibraphonist live. Welche das ist, bleibt ihm überlassen. Stockhausen hat die Stimmen auf fünf Schichten verteilt, die unterschiedliche Tempi haben. So entsteht ein Geflecht pulsierender Strukturen und ätherischer Klangfäden, die sich immer wieder treffen und voneinander entfernen. Für mich ist es ein bisschen wie ein Bild von einem Wald. Also wenn man in einen Wald im Sommer reingeht oder Frühling, dann hört Vogel zwitschen. Am Anfang ist es ein Chaos. Nach und nach verstehe ich dann, zwei Vogel korrespondieren miteinander. Und dann geht's es, wie es ist, wie es ist. Und dann geht's es, wie es ist. Um die rund 10.000 einzelnen Töne von Strahlen einzuspielen, musste Laszlo Hudacek extra ein neues Instrument kaufen. Stockhausen hat Töne vorgeschrieben, die bei gewöhnlichen Vibraphonen fehlen. Anschließend waren fast 20 Mitarbeiter des ZKM mit der Computerbearbeitung jedes einzelnen Tones beschäftigt. Hätte das eine Person allein erledigen müssen, meint Hudacek, dann wären allein dabei 4,5 Jahre vergangen. Viel Mühe also für ein 35-minütiges Stück. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, das hat der ausgiebige Applaus des Karlsruher Publikums gezeigt.